Herzlich willkommen an alle Space Fans da draußen an den Empfangsgeräten. Schön, dass ihr heute eingeschaltet habt und ich möchte euch gar nicht lange auf die Folter spannen, was ich mir gleich angucken werde und zwar es geht um das neue LEGO Ideaset Tales of the Space Age, das vor kurzem veröffentlicht wurde. Ja und wenn man schon sagt, man ist Space Fan, dann ist es eigentlich ein Pflichtkauf. Aber gut, ich nehme euch ein bisschen mit auf die Aufbaureise heute und dann schauen wir mal, was machen die vier Bildchen eigentlich her und lohnt es sich denn dieses Set zu kaufen. Fangen wir an! Und am Anfang steht natürlich Papier. Wir müssen erstmal das Set aus der Schachtel befreien. Wir haben nochmal auf der Vorderseite der Verpackung alle vier Postcards aufgedruckt. Set Nummer 21340, 18+, wie bei Ideas üblich, 688 Teile, soviel zu den Fakten. Auf der Rückseite nichts Besonderes, was uns überrascht. Auch hier nochmal alle vier Bilder drauf, ein paar Aufstellvorschläge. Ja und hier sieht man jetzt die Sternenbilder, die man an diesem dritten Teil mit drauf macht. Da kann man auch verschiedene damit bauen. Größe 14 x 9 cm. Ja und dann befreien wir erstmal die Anleitung aus dieser Verpackung hier. Das ist eine kleine Schutzhülle. Die Anleitungen an sich sind sehr dünn gehalten. Es gibt fünf an der Zahl, beziehungsweise vier, um genau zu sein. Und so ein kleines Bonusheft, wo noch ein bisschen Informationsmaterial drüber ist. Einmal, was man denn hier baut. Es wird hier schön genannt, Postcards from Space und das kommt mit 14 x 9 cm recht gut hin. Auf der Rückseite der Anleitungen sind dann nochmal die Symbole freigestellt aufgedruckt. Nette Idee und macht echt was her. Der Kometenschwarm hier an der Stelle und hier die startende Rakete. Okay, drehen wir das Ganze um, packen es uns auf den Bautisch und dann fangen wir mal nach und nach an zu bauen. Im Übrigen, im vierten Heft gibt es auch nochmal eine Beschreibung, was man denn auf diesen einzelnen Bildchen sieht. Ich hatte vorhin erwähnt, hier kann man mehrere Sternbilder bauen. Auch welche Sternbilder man bauen kann, ist hier mit drin. Gut, jetzt geht es in Richtung Plastik. Acht Tüten haben wir in der Verpackung drin. Jeweils zwei pro Bild, kein großes Geheimnis. Schlagen wir die erste Anleitung auf, packen uns die ersten zwei Tüten auf den Tisch und dann fangen wir einfach mal an zu bauen. Schön übrigens die kleinen Infoboxen. Immer wieder in der Anleitung, wenn es mehrere Farben gibt, dass man da nichts vertauscht. Gut, fangen wir erstmal an zu bauen. Wir haben keine wirklich besonderen Bautechniken drin. Hier geht es in Schichten schön nach oben, um eben den Hintergrund darzustellen mit verschiedenen Farben. Hier beim ersten Bild sind es Blautöne. Hier unten die Satellitenschüsseln, oben im Nachthimmel kommen dann die Kometen oder Meteoriten rein. Und auch hier, klar, wo man was befestigen möchte, muss man irgendwie mit Snotstein oder eben mit Technikbricks arbeiten. Das hat Lego ganz gut gelöst. Toll, die weißen Zauberstäbe, die man eigentlich aus Harry Potter her kennt. Ein paar Ersatzteile bleiben auch übrig. Es ist wirklich sehr schnell aufgebaut. Einzelbild, Anleitung zu. Wir springen rüber zum zweiten Set. Hier geht es um den kleinen Rover, der einsam durch die Landschaft fährt. Auf eine Basis zu. Hier sind wir eher in Braun- und Orangetönen unterwegs. Alles sehr minimalistisch gehalten. Aufhängung gibt es im Übrigen bei jeder Postkarte. Das heißt, wir können überlegen, stellen wir das Ganze hin oder hängen wir es an die Wand. Das ist sehr gut gemacht. Auch hier wieder Snotsteine und Technikbricks, um eben jetzt in dem Fall die Monde oder Planetenschatten drauf zu machen. Nochmal ein paar Ersatzteile. Erstmal die zwei Bilder fertig. Nächste Anleitung zu. Wir gehen zu Bild 3. Und ihr merkt schon, das geht relativ flott aufzubauen. Jetzt haben wir hier einen Mix aus Choral und Rosa und hier die Sternchenbedruckte 1A1-Fliesen. Das ist sehr, sehr cool gemacht. Und wie gesagt, ich habe mich jetzt hier für den großen Wagen entschieden, den zu bauen, so wie er in der Originalanleitung drin ist. Das heißt, man hat hier Headlightsteine, wo die bedruckten Fliesen eingesetzt werden. Und wenn man dann in der Anleitung guckt, kann man hier nochmal entscheiden, was man stattdessen bauen kann. Das ist alles beschrieben. Kein großes Hexenwerk, aber eben nicht in Bauschritten, sondern nur mit Bildern. Und dann muss man halt gucken, wie man halt einem Bild das nachbaut. Nochmal ein paar Ersatzteile mehr dazu. Insgesamt auch ein 1x2-Brick bleibt übrig. Klar, wegen den Sternbildern muss man das machen. Jetzt kommen wir zum vierten Bild. Das war bei Ideas am Anfang nicht mit drin. Es soll hier das schwarze Loch darstellen, das vor einiger Zeit von den Sternwarten entdeckt wurde und auch fotografiert wurde. Ging ja groß durch die Presse. Jetzt sind wir hier viel mit Grün und Leim unterwegs. Unten diese zwei Kuppeln sollen die Sternwarten darstellen. Sehr schön auch die Bautechnik am schwarzen Loch. Also es ist schön, dass es eben diese Viertelkreisfliesen jetzt in mehreren Größen gibt. Und das baut sich sehr schön auf, um dann eben auch den Effekt diesen schwarzen Loches, also diese Art, wie das Bild aussieht, eben nachzubauen. Ob jetzt dieses Bild ums Verrecken hätte dabei sein müssen, I don't know. Es ist halt dabei. Anleitung zu. Und jetzt sind wir auch schon fertig. Ich sage mal roundabout eine Stunde bis eineinhalb. Dann ist man fertig mit dem Aufbau. Zum Fazit. Wir haben hier noch ein paar Technik-Pins. Das heißt, wenn man möchte, kann man diese vier Bilder aneinander flanschen und dann hinstellen. Entweder aufs Regal. Man kann sie an die Wand hängen. Man kann sie eventuell auch auf der Welt, die man baut, einbauen. Das ist auch möglich. Das bleibt aber jedem selbst überlassen. Ich für meinen Teil sage, 50 Euro für 688 Teile ist für Ideas okay. Es ist kein schlechter Preis. Es macht auf jeden Fall Spaß, das Ganze aufzubauen. Es sieht gut aus. Es ist ein wundervoller Staubfänger zum Hinstellen. Und selbst aneinandergereiht. Man sieht, die Linien fahren eins zu eins durch. Es macht echt was her. Von daher, von meiner Seite aus eine klare Empfehlung an alle Space-Fans. Schlagt gerne zu. Das war es von meiner Seite aus, mitten im kleinen Review zu eben diesem Set. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Baut was Schönes. Und bis zum nächsten Mal bei Steinemwälderl. Und bis zum nächsten Mal bei Steinemwälderl. Und bis zum nächsten Mal bei Steinemwälderl.